I'm gonna ride, I'm rising free. So come along, let's go along, come on, let's journey with me. Willkommen zur nächsten Folge Let's Play Star Stable Online. Und bevor wir uns um alle täglichen Quests kümmern, würde ich gerne endlich mal wieder ein paar normale Quests machen, also Story Quest. Wir haben es geschafft, beim Weingarten ein neues Rufniveau zu erreichen, haben dort also einen neuen Ruf, da steht was an. Bei den Ölbogen der GED steht was an und dem Tal des verborgenen Dinosaurier stehen sogar zwei Sachen an. Ich glaube, ach ja, und hier unten geht das mit Niders weiter. Ich glaube nicht, dass wir alles in dieser Folge schaffen, aber wir haben auf jeden Fall wieder einiges, was wir erledigen können, heute als auch in der nächsten Folge. So, und als erstes würde ich sagen, fahren wir zum Silvergate Pferdesportcenter und fangen mit dem Weingarten an. Einfach das Anstrengendste zu werden, weil es wirklich alles ist. Den Mondgarten haben wir jetzt auch neuerdings fertig, da ist jetzt alles schön mit Tulpen bewachsen, aber das sehen wir ja jetzt. Und da hatten wir ja extra die Tulpen-Samen abgeholt für. Nehmen wir jetzt einfach mal hier kurz die Abkürzung hin. Hier sehen wir es. Es sieht doch schon, ja, auf jeden Fall schöner aus, als es vorher aussah. Das ist der Mondgarten, das ist der, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der heißt. Der andere Garten jedenfalls. Genau. Und der werte Björn hat jetzt wieder eine Quest für uns. Mal sehen, um welchen Garten es jetzt geht. Also. Der Tag ist endlich gekommen, Ilva, und da liegt er wieder. Die Tulpen sind erblüht. Es ist so ein wunderbares Gefühl. Es fühlt sich so an, als ob ich in den Himmel aufsteige. Die Luft scheint dünn hier oben zu sein. Plumps. Brr, brr, äh, was? Liebe Ilva, was machst du denn hier? Die Tulpen, beeil dich, ernte! Schnell, schnell, schnell! Jut, jut, hier, ja, ich weiß, wo ich ernten muss. Ist auf jeden Fall schon schicker, als vorher dieses Ganze zugewucht hatte. Wobei mich diese kleinen dünnen Bäume da teilweise noch ein bisschen stören. Vor allen Dingen hier unten der. Ich hoffe, diesen Garten machen wir auch noch. Aber es sieht eigentlich so aus, als würde da noch was Schönes hinkommen, oder? Das hier unten alles. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ja, ja, das wird auch noch ein Garten. Äh, verdammt. Das hat nicht funktioniert. Hallo? Nein, 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 nicht darunter. Können wir die vom Pferd aus pflücken? Das wäre doch mal was Schönes. Das sind Gartengeräte. Ja, klar. Um mir jetzt zu sagen, dass ich dafür absteigen muss. Du bist ja nett. Na gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Ätzendste ist hier immer diese Viecher einzufangen. Diese Nager. Das ist echt immer... Weil die teilweise in den Löchern verschwinden. Dann zum Beispiel gestern hatte ich das. Da kam eins überhaupt nicht mehr nach oben. Da dachte ich mir auch so, ja gut, wie soll ich das denn fangen? Bitte schön. Ähm. Hallo? Und da muss man sich ja von hinten an die heranschleichen. Man kann die aber nur wirklich fangen, wenn man direkt davor steht. Auf der anderen Seite hier, wenn das hier wäre, ginge das schon nicht. Und das ist manchmal schwierig, weil die dann einfach die ganze Zeit mit dem Gesicht zu einem hochspringen. Und ja. Aber gut. Wir haben es geschafft, endlich hier ein neues Ruflevel zu erreichen. Und das wird jetzt mit dem nächsten Garten wahrscheinlich weitergehen. Ich freue mich. Aber wir kommen damit unserem nächsten Level immer wieder ein Stückchen näher. Und damit auch, dass wir Link wieder einholen. Gerade wo sie jetzt in Urlaub fliegen wird. Und sie hat Starstab jetzt auf ihren Laptop runtergeladen, um es dort zu spielen. Aber es scheint nicht ganz zu funktionieren. Klar, finde ich es schade, wenn wir nicht zusammen spielen können. Gibt mir aber die Chance, sie wieder einzuholen. Hm. Hm. Ich bin so vom Anblick dieser schönen Pflanzen erfüllt, dass ich nicht mehr sprechen kann. Schluchz. Das ist der beste Tag meines Lebens. Ilva. Heu. Nimm das hier, Ilva. Und lass mich jetzt alleine, damit ich diesen Moment in Ruhe auskosten kann. So. Ilva, ich kann es immer noch kaum fassen. Dieses Glück. Wie könnte mein Leben jetzt noch besser werden? Ich weiß, wir restaurieren noch einen Bereich des Gartens. Welchen Teil? Ob wir die Erlaubnis dafür haben? Warum bist du so eine Spielverderberin, Ilva? Oh, okay, okay. Hier, pflanze diese Tulpen im Weingarten an. Dann wird die Baroness zufriedenstellen. Schnell, schnell, Beeilung. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Und was noch? Hast du Lust, den Mondgarten weiter zu verschönern, Ilva? Früher gab es entzückende Statuen rund um die Plantagen dort. Die müssen repariert werden und dafür brauchen wir einen bestimmten Marmor, den man nur in den Bergen beim Klippenbezirk findet. Wenn du dorthin findest, bringe mir welche mit und ich sorge dafür, dass die Statuen zurück in den Mondgarten kommen. Die Berge im Klippenbezirk. Wo ist denn das? Nochmal. Okay. Auf welcher Seite ist das? Ah, ich glaube, das ist... Jaja, das dürfte da hinten sein, wo das Rennen lang geht. Von Paulina. Dann dürfen wir uns da jetzt gleich erstmal hinbegeben. So. Bin mal gespannt, wie weit wir hier heute kommen mit den Statuen. Na, komm schon. Ach, du kommst doch sonst immer da hoch. Na gut, dann gehen wir halt eh erst den Marmor holen. Soll mir auch recht sein. So, Nightwish ist jetzt schon Level 7, fast Level 8. Also da fehlt es nicht mehr so viel. Das geht irgendwie viel zu schnell jetzt mittlerweile mit dem Pferdeleveln. Das ist irgendwie... Früher hat das viel länger gedauert als jetzt. Und das Problem ist, nach Nightwish habe ich nur noch Apple Pie. Aber Apple Pie ist ja eigentlich zusammen mit dem Pferd von Swungie dran. Die wollten wir ja zusammen leveln. Okay. Das ist schwierig zu finden, diese perfekt marmorierten Klötze. Hallo? Sag bitte nicht, ich muss dafür absteigen. Nein, okay. Na, dann geht es ja. Wir brauchen ja fünf Stück. Okay. Ey, hallo. Ey, hallo. Pferd, 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 Pferd. Pferd! Pferd! What are you doing? Come on, girl. So, da haben wir unsere fünf. Ich hoffe, ich komme da jetzt hoch. Sieht verdammt steil aus. Komm schon, komm schon, du schaffst es nicht. Dammit, wie kommen wir denn jetzt hier wieder weg? War da unten nicht irgendwo ein Stern? Habe ich den schon? Ich weiß es gerade gar nicht. Ne, den habe ich noch gar nicht. Frage ist jetzt nur, wie... Ja, toll. Ne, hier lang kommen wir da eh nicht hin. Ah! Aber wie kommen wir jetzt hier wieder hoch? Können wir es da versuchen? Schön schräg anreiten. Ja, das klappt, das klappt, das klappt, das klappt, das klappt. Ja! Sehr gut. Dann einmal auf zum Baroness anreisen. Und dort werden wir dann die Tulpen einpflanzen, um mit dem nächsten Garten weiterzumachen. Während wir den Mondgarten eigentlich noch überhaupt nicht fertig haben, aber gut. Lieber so als alles nacheinander, so geht es vielleicht ein kleines bisschen schneller. Mich ärgert dieses, dieses Hufeisenbreite Stück da unten vom Level her noch, was uns zu Level 16 fehlt, weil wir die letzten Tage einfach überhaupt nicht weitergekommen da sind. Weil uns halt dieser Ruf gefehlt hat. Ach komm, was soll denn das? Komm schon, Pferd. Oh, wirklich jetzt? Na schön. Also einmal absteigen. Auch das pflanzen wir. Ach du liebe Zeit. Uh! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das dann so aussieht. Wenn man überlegt, wo die dann überall hinkommen, diese Beete. Der Weingart, das muss man schon sagen, früher fand ich den wirklich nicht so hübsch. Da fand ich den sehr, sehr, sehr zugewuchert und alles. Aber mittlerweile gewinnt er an Schönheit. Das muss man schon sagen, je mehr man hier macht. Vor allem, wenn man überlegt, dass bei zum Beispiel Svenja oder so, dass der Weingarten schon so aussieht und bei uns noch überhaupt nicht. Hallo? Steht hier natürlich voll drin. Okay, Nessie, sprich mit uns, damit alles voller Blumen ist. Los! Oh, was für ein schönes Tulpenbeet. Es versprüht eine Stimmung des Glückes über das Anwesen. Ja, jetzt sind sie überall. Wow. Ja, jetzt kommt hier endlich ein bisschen Farbe hin. Das ist wirklich schöner so. Björn und Agneta sind wirklich außergewöhnlich gute Gärtner. Sag ihnen, dass sie gerne ihr Projekt fortsetzen können. Das tue ich natürlich sehr gerne. Wobei eigentlich ja genau genommen ich die gute Gärtnerin bin, die einfach nur unter deren Anweisungen arbeitet. Aber gut. Wir wollen mal nicht so sein und lassen denen ihren Ruhm. Können ja eh nichts dran ändern. Achso, ich reite übrigens neuerdings mit dieser schicken Sonnenbrille aus dem Lifetime Starrider Fenster rum. Fand ich hübsch. Keine Sorge, Iva. Irgendwann bist du schneller und dann jagen wir viel entspannter über die Wiesen und so, weil du dann einfach viel, viel, viel schneller von A nach B kommst. So, das wird angenehm, da freue ich mich schon drauf. Hübsch. Das ganze Bäume und Büsch, das muss mal alles ein bisschen gestutzt werden hier. Es ist... Oh ja, hier wird noch was hinkommen, eindeutig. Welches Level hast du? 16. Ah, dann hast du das wahrscheinlich schon. Danke, weil ich werde damit jetzt die... Sekunde. Ich werde damit jetzt die Statuen reparieren. Reite mal hin und ich schaue es dir an, aber versuch nicht zu oft in Ohrmacht zu fallen. Ich habe auch die Gelegenheit genutzt, ein paar Büsche anzupflanzen, während du weg warst. Oh mein Gott, das sind Pferdestatuen. Oh, die sind cool. Die hattest du noch nicht? Nein, ich habe jetzt gerade den Mondgarten fertig. Gut, dass du wieder da bist, Ilva. Ich war im Begriff, vor lauter Spannung in tausend Stücke zu bersten. Ich habe nämlich eine erstaunliche Vision. Dann hau mal raus. Ich habe Blumen und sowas von satt, Ilva. Ich kann ihren Anblick nicht mehr ertragen. Blumen sind sowas von 2012. So grau, so klein und so unglaublich langweilig. Allerdings habe ich eine Idee, eine großartige Idee, die die ganze Gartenbauwelt revolutionieren wird. Büsche! Wir werden Büsche in langen Reihen, die im nächsten Teil des Gartens dem Agnetas Hain anpflanzen. Getauft von mir, zu Ehren meiner Frau. Siehst du es vor dir, Ilva, wie Agneta ihren Kaffee in der Hand trinkt, während die Weltbevölkerung in kilometerlangen Warteschlangen ansteht, um diesen Teil unseres himmlischen Gartens zu bestaunen? Glaube mir, Ilva, das bedeutendste Milliarden Jorvik-Schillinge für Jorvik, was? Das bedeutet Milliarden Jorvik-Schillinge für Jorvik, wenn Millionen von Menschen jedes Jahr dafür nach Jorvik einströmen. Graf Björn werden sie mich rufen. Oh, sie werden die Geschichtsbücher mir zu Ehren umschreiben. Büsche? Ja, genau. Wir müssen Büsche besorgen. Reite zu meiner guten alten Freundin Felicity in Feargrove und frage sie, ob wir Stecklinge für Büsche haben können. Sie wäre perfekt für unseren Garten. Beeil dich. Ja, aber I'm lazy as hell, so what we're gonna do is we take the hanger. Der Hänger. Der Hänger. Let's take the Hänger. Come at me, Hänger. We're gonna drive to la 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 la. Feargrove. Ich hab das Gefühl, manchmal weiß das Spiel, wo man hin will und macht diese Ortschaft schon direkt nach ganz oben. Jetzt muss ich zum Beispiel nach Feargrove und Feargrove stand ganz oben. Ich weiß aber nicht genau, wonach die das sortieren im Hänger. Ja, manchmal verändert sich das. Man weiß nicht, wo die Sachen wieder sind. Anstatt, dass sie es einfach in einer alphabetischen Reihenfolge lassen würden, das wäre viel sinniger. Aber gut, verlasse dich. Oder wie man es freigeschaltet hat. Ja. Buschdecklinge für Björn und Agnetas Garten. Hau raus. Bist du sicher, worauf du dich da einlässt, Ilva? Agneta tickt nicht ganz richtig, falls dir das noch nicht aufgefallen ist. Sie hat früher mal hier gearbeitet, aber ich musste sie leider rauswerfen. Als ich eines Morgens aufwachte, war sie schon ins Dorf gegangen und hatte alle Senioren mitgebracht und sie das Unkraut um die Palisarien herum jäten lassen. What the hell? Als ich sie fragte, warum, sagte sie nur, sie sollen aufhören zu jammern, eine Schaufel nehmen und mithelfen. Diese alte Tatterkreise sollten nicht zu Hause vollrum sitzen. Rente? Was ist das für eine Erfindung? Das hat sie gesagt. Deswegen ich gezwungen war, ihr zu sagen, dass sie nicht mehr hier arbeiten könne. Aber du bist ja vernünftig, Ilva. Nimm diese Buschdecklinge und reite zurück zu ihr und Björn. Sie hat sich heutzutage vielleicht etwas beruhigt. Die ist ja mega beliebt, den ganzen Jahr, wir können mal. Okay. Das Einzige, was man immer schnell findet, ist das Silverglide Pferdesportcenter, weil es einfach das längste Wort ist. Mh. Miep, miep. Aber der markiert das, wo du als letztes hingefahren bist. Das hebt er so ein bisschen vor. Hm. Gut, gut. Björny boy! Björn ist mir hundertmal lieber als Agneta, ganz ehrlich. Den Ohnmacht fallende Björn. Ich freue mich schon auf das Rennen von denen. Ah, endlich eine Belohnung für die ganze Arbeit. Ja, freu dich. Schau. Ui, 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 ich mach mir fast in die Hose vor lauter Glück. Was für ein schöner Buschdeckling. Ja. Hey, kleine Ilva, jetzt hast du aber lange genug rumgelungert. Es ist Zeit, die Erle hochzukrempeln und mal was zu arbeiten. Ich warte hier schon seit drei Uhr morgens, dass du endlich auftauchst und wir mit der Arbeit beginnen können, du Schlafmütze. Markier die Ränder des Heinz mit diesen Messstäben, du weißt, was zu tun ist. Ja. Ha, ich wusste es, der ist als nächstes dran. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. I knew it, I knew it. Wobei, ich frag mich jetzt nur der oder das auch. Gehört das zusammen? Ne, es gibt noch eins danach. Ach je. Naja, ich bin ja auch erst... Was bin ich jetzt gemocht bei denen oder so? Da eins mes Stäbzgen. Da eins mes Stäbzgen. Dein letzter Satz. Ich hab was gefunden in all dem Gestrüpp. Ich freu mich, wenn dieses ganze Gestrüpp weg ist, ehrlich. Das ist immer das Schönste. Ja, da sieht das voll schön aus. Und hier ein Messstäbzgen. Urwald, ey. Hier kann man irgendwas mit Jungle-Musik laufen lassen. Oh, hoppla, was war das denn? So, wahrscheinlich ist das jetzt hier gleich wieder so ein 24 Stunden Wartenteil. Gut gemacht. Aber jetzt mach einen Schritt zurück, damit ich den Teil mit der Motorsego und dem Dynamit bearbeiten kann, den du abgemessen hast. Genau, jetzt müssen wir hier warten. So lange gehen wir rüber auf die Everwind-Felder. Wir haben ja noch zwölf Minuten. Und ja. Wollen wir mal sehen, was die GED da für uns hat. Ach, der liebe Werte, Herr Kembel. Wer auch sonst. So. Wenn ich du wäre, würde ich zur Reiterin reiten. Ein kleiner Vogel hat mir gezwitschert, dass dort etwas Schlimmes... äh, dass dort etwas nicht stimmen könnte. Vielleicht kann man das Karma nennen? Was? Reitarena? Was ist da? Was hast du mit der Reitarena gemacht? Was hat der gemacht? Was? Was hat der mit der Reitarena gemacht? Wer? Der Herr Kembel. Keine Ahnung. Was soll der sein? Keine Ahnung, der hat gesagt, dass er das Karma nennt und dass er sich da hinreiten soll. Hm. Ich erinnere mich nicht. War doch, ne? Der Reiterin, oder? Reiterreiner steht da. Na ja, kann sein, dass da irgendwas mal war. Aber das ist nicht so recht. Überlebe ich das? Oh mein Gott. Nein, ich überlebe das nicht. Upsala. Das hätte ich vielleicht vorher mal ausprobieren sollen. Jetzt bin ich aber am blöden Umweg geritten hier. Egal. Come on, Baby. Come on. Schwing die Hufe. Weil da irgendwie steht... Oh, du hättest gedacht, er ist was schwanger. Nach einem Tag Arbeit. Ich bin ein bisschen verwundert, weil da steht... Reiterreiner, aber dann steht der Reiter zum Stall. Ich reite jetzt erstmal zur Arena. Gucken, was da ist. Ob da überhaupt was ist. Wovon redet der? Oh mein Gott, das hat hier einer angekritzelt. Hier ist voll das Graffiti. Wer macht denn sowas? Ah, ja, genau. Oh, holy crap. Das ist überall. Ach ja, genau. Ey, hallo. Samstag ist hier unser Turnier. Oh mein Gott. Alles ist voller Müll. Wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Komm, wo muss ich jetzt hin? Zum Weingarten, zur Nessie. Ach komm, wir nehmen den Hänger. Das ist jetzt wirklich faul, Leute, auf höchstem Niveau. Aber dieses die ganze Zeit hin und her laufen, das ist mir zu blöd. Wir kennen die Strecke ja schon. Nessie, jemand hat die Reitarina vermüllt und verdreckt. Und zufälligerweise weiß Herr Campbell darüber Bescheid. Na, wenn das mal kein Zufall ist. Was hast du gesagt? Aber das ist ja schrecklich. Wer würde sowas machen? Du glaubst, der Campbell? Das ist eine ernste Anschuldigung. Aber es würde mich nicht wundern, wenn es stimmen würde. Bitte, Ilva, kannst du mir helfen, das aufzuräumen? Solange wir keine Beweise gegen Herrn Campbell haben, können wir nichts machen. Sprich mit Tyra, sie hat einen Mob und einen Eimer und alles, was du brauchst. Hilfst du mir? Die hat alles, was du brauchst. Mhm, danke. Ilva, hast du es gesehen? Nein, die Reiterin ist ein Disaster. Wir müssen das in Ordnung bringen. Die Baroness braucht alle Hilfe, die sie bekommen kann. Sie hat noch viel mehr beim Landgut zu tun. Das jetzt ist schrecklich. Hier ist ein Mob, ein Eimer, ein Lappen für das Graffiti. Du kannst den Müll in die Tüte tun. Wir müssen zusehen, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Ich werde mit der Baroness darüber sprechen, was wir machen können. Tut das. Ach nee, komm, jetzt nehmen wir bei dich doch meine Dinger. Das ist schon sehr, sehr faul. Holy crap, Herr Campbell. Das ist echt uncool gewesen, was die da gemacht haben. Galoppel, 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 Galoppel. Haha, er ist geklaut. Ich weiß. Galoppel, Galoppel, Galoppel. Ich meine, das Graffiti war von innen, ne? Quatsch. So. Fertig gesäubert. Fertig gesäubert. Ist da hinten überhaupt noch irgendwas? Nö. Da liegt nur Müll. Oder so. Ich schätze mal, ich muss dann jetzt in die andere Halle. Oh ja. Oh mein Gott. Aber wo ist das restliche Graffiti? Ah, da ist noch was. Hm. Das ist echt uncool. Sehr, sehr, sehr uncool, Herr Campbell. Vor allen Dingen diese Aussage von dem. Ja, ich glaube, das nennt man dann wohl Karma. Karma ist ne Bitch. Hm, hör mal. Was sagt man doch nicht? Oh. Die Hen sagt das auch. Ja, die Hen. Henrietta. Wer sich jetzt fragt, What the heck are they talking about? Der sollte sich 9-1-1 ansehen. Hm, tolle Serie. Hm. Die hoffentlich bald weitergeht. Das ist immer das Problem, wenn man eine Serie anfängt, wenn die wirklich zum ersten Mal läuft. Hm. Ja, ich weiß nicht, war schon wieder faul. Oh. Ich musste Tyra. Das wusste ich natürlich. So. Wie ist es gelaufen? Alles Graffiti weg und die Mülltüte war groß genug? Gute Arbeit, Ilva. Ich habe in der Zwischenzeit mit der Baroness gesprochen und wir haben einen Plan. Auf den ich warten muss. Ach, apropos. Ich habe ja eben von Björn Schuhe bekommen. Die wollte ich mir doch die ganze Zeit noch angucken. Okay, ist jetzt nicht ganz mein Geschmack, aber, ja. Ja gut. Wie heißen die? Garten Fliegel. War klar. So. Ähm. Wie viel Zeit haben wir noch? Noch 5 Minuten. Lohnt sich das noch ins Dino-Teil? Ich hoffe, wir beeilen uns einfach mal. Ach, geht's da jetzt weiter bei dir? Ja. Ich muss nach Belly Village. Ansonsten überziehen wir wieder 5 Minuten oder so, weil dann können wir uns in der nächsten Folge komplett auf die Nightdust Quest konzentrieren. Irgendwann habe ich auch den Ballon dahin. Ich benutze ihn nur nicht. Hast du immer wieder vergisst. Kostet der Ballon eigentlich was? N-N-N. Praktisch. Stimmt, ins Dino-Teil misst ich eigentlich noch. Tja, dann muss wohl doch wieder online kommen. Dino-Teil, Lundur, Südhof. Nach Südhof gehe ich auch gleich. Abservatoren. Ich muss noch alles an täglichen Kram erledigen. Na, ich glaube, ich spiele aber vorher noch ein bisschen Zimts. Mach das. God, diesen Weg hier könnten die echt ein bisschen breiter schaufeln. Oh, ich habe Hunger. Ich will mir mal was zum Mittag essen. Mach das. Ja, genau. Ich wusste, dass ich hier stehen bleiben sollte. Zack. Hey, geh mal aus meinem Pferd raus hier, ja? Das ist wirklich. Oh, ich habe vergessen, dass Nightwish hier langsamer ist. Oh, ja. Nightwish, willkommen im Dino-Teil. Ich glaube, das ist dein erstes Mal hier. Kann das sein? Ah. Da haben wir direkt schon mal was. Ihr habt vergessen, dass ich bestenfalls nur mit Honeypearl hier hingehe. Wie ist das eigentlich mit den Assertik-Ponys? Die stehen ja auch in Wälde. Sind die auch kälteresistent? Oh, sie ist sicher erst geholt, genau. Hier we are. Ich verstehe nicht, was mit meinem Hydrolokator falsch ist, Ilva. Es ist wohl keine gute Idee, wenn wir damit fortfahren. Was falsch sein könnte, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es handelt sich um ein ungemein kompliziertes Gerät. Aber um dir eine einfache Beschreibung zu geben. Man kann sagen, dass er das Wasser innerhalb eines bestimmten Radius registriert und ausschlägt, wenn die Wassermenge einen gewissen Grenzwert übersteigt. Eis? Was hat Eis mit der Sache zu tun? Hier ist doch überall Eis, Ilva. Ja, merkst du was? Eis ist Wasser? Das versteht sich doch von selbst. Warum fragst du nach Eis? Meine Güte, wie konnte ich nur so dumm sein? Dieses Klima hier scheint meinen Gehirn stärker zuzusetzen als gedacht. Haha. Kann man sich das vorstellen? Ich habe den Hydrolokator nicht richtig eingestellt, damit er gefrorenes Wasser nicht berücksichtigt. Haha. So, genug der Scherze. Zurück an die Arbeit. Hier, nun habe ich den Hydrolokator neu justiert. Er wird gefrorenes Wasser nun nicht mehr berücksichtigen. Es wird also ein Kinderspiel sein, eine richtige Wasserquelle zu finden. Du weißt ja, wie das funktioniert, Ilva. Finde eine Wasserquelle und bohre. Ja. Ich muss ganz kurz auf Pause machen. Mein Hals bringt mich gerade um. Also ich stehe hier auf dem orangenen Fleck. Kannst du mir sagen, wo genau ich jetzt nach dem Wasser bohren muss? Echt? Ah, hier. Wie meins? Ja, du bist witzig. Witzig, witzig, witzig. Haben wir alle gelacht. Soll ich dir mal was witziges erzählen? Hm. Wir hatten gerade eben so einen Typen da, der irgendwie was mit Einbruchssicherung machen möchte. Ja. Und der ist halt in mein Zimmer gekommen und hat gesehen, wie ich halt Sims spiele. Eigentlich. Und meinte wohl dazu zu meinen Eltern, ja, ihr Kind sollte vielleicht mal lieber keine Ballerspiele spielen, sondern zu mir in den Schützenverein kommen. Nur zu meinen Eltern. Das sind Ballerspiele, wirklich. Ich habe Sims gespielt. Ah, Ballerspiele halt. Man sieht doch hier, die SV auf der Couch sitzt und ein Buch liest und so ein Kram hier. Ich wusste, dass es klappen wird. So, nun können wir endlich die Vorteile des Wassers genießen, Ilva. Während du Material für die Pferdeversorgungseinrichtung gesammelt hast, habe ich einen Brunnen angepasst an die klimatischen Bedingungen hier designt. Komplett mit Wärmestrahler und Lautsprecher, die beruhigende Musik speziell für Pferde spielen. Aus einem Material, welches keine Wartung in den nächsten hunderten von Jahren benötigt. Leider konnte ich niemanden ausfindig machen, der zwei Tonnen Totonium in weniger als sechs Monaten hier liefern kann. Ständig dieses abgelegene Eistal, das meine Pläne im Weg steht. Stattdessen habe ich dieses praktische Brunnenpaket bei J.K.A. bestellt. Ich habe die Konstruktion stundenlang studiert. Aber sie ist so komplex. Auch wenn es vollkommen logisch ist, verstehe ich nicht, wie man es anstellt. Selten war ich gezwungen zuzugeben, dass ich mich intellektuell eingeschränkt fühle. Aber in diesem Fall muss ich aufgeben. Wir müssen wohl oder übel sechs Monate auf die Plutoniumlieferung warten, Ilva. Du willst einen Versuch wagen? Nein, das ist keine gute Idee, Ilva. Du riskierst deine mentale Gesundheit, sobald du die ersten Zeilen gelesen hast. Das kann nicht so schwer sein, sagst du. Na gut, versuch es, Ilva. Aber ich übernehme keine Verantwortung. Beschuldige mich nicht, wenn dein Gehirn explodiert. Wenn mein Gehirn explodiert, dann kann ich niemanden mehr beschuldigen, Miss. Das ist ein vollkommen gewöhnlicher Brunnen, der nicht mal ein Dach hat. Mann, war das schwer, ey. Jake, hier ist ja echt voll anstrengend. Wie ist es möglich? Dir ist es gelungen, den Brunnen zusammenzusetzen? Ich habe dich wohl unterschätzt, Ilva. Endlich gibt es mir intellektuell ebenbürtige Personen hier im Tal, mit der ich kommunizieren kann. Endlich ist diese geistige Lehre, der ich ausgesetzt war, zu Ende. Sag, liebe Ilva, was sind deine Gedanken zu dynamischen Quantenfeldtheorien? Ja, die dynamische Quantenfeldtheorie, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich finde, dass die Teilchen nicht immer da sind, wo sie sein müssten mit dieser... Was war das für eine Theorie? Nicht Relativitätstheorie, sondern wie ist die andere? Das Gesetz der ungleichen Verteilung von Teilchen oder sowas, das ist schon interessant und das würde eigentlich heißen, dass man in der Lage sein müsste, durch Türen und Wände hindurch zu gehen. Ja, ja. Ich habe in Physik aufgepasst. Ein bisschen. Du weißt nicht viel darüber. Was sagst du denn zu den neuen Erkenntnissen innerhalb des seismischen Relativitäts... Linguistik. Relativitätslinguistik? Linguistik ist Sprache. Seismisches Erdbeben und sowas. Was ist dein Problem, Vibe? Es gibt keine seismische Relativitätslinguistik. Linguistik ist Sprache. Relativität ist Einstein und seismisches Erdbeben. Du bringst dir ein paar Dinge durcheinander. Das hört sich nicht besonders interessant an, findest du? Dann war wohl einfach nur das Glück auf deiner Seite, als du den Brunnen gebaut hast, Ilva. Na gut, komm in meine geistige Einöde. Zurück in meiner geistigen Einöde. Alles klar. Nun können wir mit der Konstruktion der Fährteversorgungseinrichtung fortsetzen. Was wir für Material gesammelt haben, sollten wir nicht einen einfachen Namen dafür finden, Ilva. Wir nennen es ganz einfach Project HOTF01X. Einfach und logisch. Fang damit an, die Stämme an der von mir gekennzeichneten Stelle zu platzieren. Das sollte nicht länger als 58 Sekunden dauern. Also beeil dich, damit wir mit den nächsten Schritten fortfahren können. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Sechzehn, siebzehn, achtzehn. Ich habe es in weniger als der Hälfte der Zeit geschafft. So, gut. Dann fahren wir mit dem nächsten Schritt im Projekt HOTF01X fort. Die Stämme, die du aufgestellt hast, werden gemäß einer statischen Berechnung nicht stabil genug sein, um die Belastung standzuhalten, mit der wir das Projekt HOTF01X rechnen müssen. Deshalb solltest du die Bretter hier montieren, deren Bedarf ich in aller Voraussicht prognostiziert habe, um die Konstruktion zu verstärken. Kannst du bitte normal reden wie ein ganz normaler Mensch? Geht das? Ist das zu viel verlangt? Du brauchst der Welt nicht zu beweisen, dass du ach so intelligent wärst. Es juckt nämlich keinen. Ja, die Bretter werden definitiv hier krass verstärkend wirken. Alles klar. Achso, ich muss die festnageln. Rostiger Hammer. Dann nageln wir hier noch ein bisschen, nageln wir da noch ein bisschen. Und da noch ein bisschen. Einfach mit so Seilen hier fest ist. Tada! Ja, genau so habe ich das natürlich gemacht. Okay, back to her. Gut, damit sind wir also beim nächsten Punkt im Projekt HOTF01 angelangt. Dachaufbau. Mit deinem Gerüst, das nun konstruiert wurde, ist das Projekt HOTF01X auf gutem Weg. Der nächste Schritt ist nun, ein Dach zu montieren. Meine zündende Idee wäre gewesen, ein Dach aus den neuesten Nanomaterialien mit eingebauten Solarzellen zu kießen. Aber die Aussicht auf ein modernes Dach scheint, wie immer, an diesem barbarischen Platz, an dem wir uns befinden. Da fehlt irgendwas. Egal. Nachdem ich alle Alternativen miteinander verglichen habe, bin ich zum Schluss gekommen, dass der Stoff, der aus dem Heißluftballon gemacht ist, taugen könnte. Auch wenn es sich dabei um eine suboptimale Alternative handelt. Ich bin bereit, ein Stück Segeltuch, ich habe bereits ein Stück Segeltuch in den perfekten Maßen zurechtgeschnitten. Du musst es nur über die Stämme befestigen. Aki, ich dachte schon, ich muss den Kram jetzt selber einsammeln gehen. Aber wir sind jetzt schon ein kleines bisschen im Verzug. Ich hoffe, dass wir hier bald fertig sind. Aber ich mache das jetzt noch hier eben zu ihnen. Wenn du behältst, fängt jetzt der ganze Kram mit dem Moor voll in an, dann dauert das noch ein Malchen. Ja, dann mache ich das bei der nächsten Folge. Das sieht schick aus. Das haben wir sehr, sehr schick gemacht. Die haben ja dieses hin- und hergelaufen, anstatt dass sie mir direkt alle Aufgaben gibt. Ich hoffe, die Hunde bleiben jetzt hier nicht. Gut, damit sind wir beim letzten Punkt des Projekts HOTF01X angekommen. Der Boden. Das Projekt HOTF01X soll nun mit einem letzten Schritt abgeschlossen werden, um die Konstruktion des Bodens. Anstelle des Betonbodens mit einem Überzug aus industriellem Diamant, der Millionen von Jahren gehalten hätte müssen, wir wohl oder übel mit den Tannenzweigen, die du gesammelt hast, vorlieb nehmen. Verlege die Tannenzweige als Boden, Ilva. Okay. Okay, okay, okay. 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 Tidee. Ungefähr so habe ich mir das auch in meiner Vorstellung vorgestellt. Nur, dass da statt dem Ballon-Dingens da auch noch Tannenzweige drüber liegen. Gut, damit ist das Projekt HOTF01X abgeschlossen. Das haben wir großartig gemacht, Ilva. Wir haben einen Applaus verdient. So, genug der Festigkeiten. Wir sind noch mittlerweile davon entfernt, meilenweit davon entfernt, diesen Platz auch nur als annähernd adäquat für uns einfache Vorsturm zu betrachten. Okay, wenn das jetzt wirklich mit dem Wohlfall in und so losgeht und wir ja auch noch das mit den Einsiedlern da hinten haben, diese Kalter, packe ich das alles in die nächste Folge rein. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.